Musik Ja und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Marco und wir schauen uns heute mal an, wie man alte Footage beziehungsweise schlechte Footage upscalen kann. Das heißt größer machen, aber nicht einfach indem wir das sozusagen in DaVinci Resolve ganz normal exportieren, denn das kann man natürlich auch machen und zwar 720p beispielsweise nehmen und dann als 4K rausrechnen. Natürlich ist die 4K Version, die dann rausgerechnet ist, größer, aber die Pixel wurden sozusagen dann einfach verdreifacht, beziehungsweise vervierfacht, beziehungsweise einfach so angepasst, dass sie in den 3840x2160 großen Frame reinpassen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit abzuscalen, aber vielleicht nicht unbedingt die schönste, denn dann duplizieren wir sozusagen nur die Pixel und erstellen nicht neue. Und dadurch gibt es dann eben immer noch den Look, dass es irgendwie nicht ganz passend ausschaut, aber da gibt es in DaVinci Resolve eine Funktion, mit der man so eine Footage dann auch noch retten kann, beziehungsweise die dann eben so upscalen kann, dass man eigentlich den Unterschied meiner Meinung nach so gut wie gar nicht mehr sieht. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam hier in Resolve an, denn wir haben hier als Beispiel eben dieses Auto hier, diesen VW ID.3 und zoomen jetzt einfach mal auf die Schrift hier hinten, denn diese Schrift ist ja hier in der Original-Footage schon ganz okay noch zu erkennen. Man sieht aber, es ist ein bisschen grain da, aber wir haben den jetzt einfach mal nicht entfernt, sondern der ist jetzt einfach mal so drin. Und wenn wir das jetzt bei der anderen Footage auch mal anschauen, bei der nächsten, dann sehen wir schon, dass es hier deutlich mehr Grain gibt und das Ganze ein bisschen, ja, es ist halt Full HD. Das heißt, wir haben die Hälfte an Pixeln zur Verfügung im Endeffekt. Jetzt haben wir hier hinten nochmal das Beispiel mit 720p und hier stellt man dann schon einen gewaltigen Unterschied fest, denn hier ist richtig pixellig, außenrum vor allem bei der Schrift. Wenn man das mit dem hier vergleicht, dann sieht man einen gewaltigen Unterschied in der Klarheit von dem Bild und ja, wenn man das jetzt sozusagen zusammenschneiden würde, würde es nicht mehr gut aussehen. Das heißt, wir brauchen eine Option, wie wir das da, diesen Pixelsalat, umwandeln können zu diesem 4K-Originalbild. Und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam, denn das ist gar nicht so schwierig. Wir starten einfach mal mit dem Full HD-Bild. Das sehen wir hier unten, 1920-Tests heißt es. Wenn wir hier oben in unserer Media-Bibliothek mal kurz nach rüber scrollen, sehen wir hier auch der 1920-Test.mov hat eine Resolution, eine Auflösung von 1920x1080, also Full HD. Unser 720-Test hat eben 1280x720. Warum ist es wichtig? Naja, wir müssen das Ganze hochrechnen, denn leider sagt Resolve noch nicht selbstständig, hey, das muss man so und so viele Male vergrößern, um die Zielgröße zu erreichen. Deswegen holen wir uns einmal noch unseren Taschenrechner raus, den Rechner, den ziehen wir uns mal kurz hier rüber. Und mit diesem Rechner rechnen wir mal kurz aus, wie oft man sozusagen ein Bild vergrößern muss, dass es 4K wird. Wir haben als 4K haben wir 3840, bekannterweise in der Breite. Und diese 3840 teilen wir jetzt einfach mal durch die Anzahl, beziehungsweise durch die Breite von unserem Full HD-Bild. Das sind in diesem Fall jetzt 1920. Dann lassen wir uns das kurz ausrechnen und kommen auf eine 2. Das heißt, wir müssen unser Full HD-Bild zweifach vergrößern, um 4K zu bekommen. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal für unser HD-Bild, beziehungsweise eben die 720p-Auflösung. Wir geben wieder hier ein 3840 und teilen das Ganze durch 1280 und kommen auf 3. Das heißt, wir wissen, Full HD braucht 2 und 720p braucht 3. Das ist nämlich jetzt wichtig, denn wir gehen jetzt hier einmal auf unser 1920p-Bild, unser Full HD-Bild, klicken mit dem Rechtsklick drauf und gehen hier auf Clip Attributes. In unseren Clip Attributes finden wir dann hier unter dem Videobereich einmal unsere Framerate, das sind 25, das passt. Und wir sehen hier unten Superscale. Und Superscale, das ist die AI, die im Endeffekt uns hilft, dieses Bild richtig scharf zu machen und 4K-Optik reinzubringen. Dafür gehen wir auf Superscale und jetzt kommt eben unsere Zahlen zum Einsatz. Denn wir haben hier jetzt eben gerade im Full HD-Bild zweimal zur Auswahl. Und das müssen wir eben zweimal vergrößern, um zu 4K zu kommen. Wenn wir jetzt hier auf zweimal klicken, sehen wir noch nichts, aber wenn wir auf OK klicken, wurde es auf einmal scharf. Und wenn wir das Ganze jetzt vergleichen mit unserem Originalbild, dann sieht es im Moment sogar schärfer aus. Das liegt an der Schärfe, die wir hier einstellen können. Wir gehen hier nochmal auf die Clip Attributes. Wo haben wir sie? Ich bin schon wieder blind hier. Clip Attributes. Da, einmal draufklicken. Und wenn wir jetzt hier die Sharpness einstellen, können wir auch Low machen. Wenn wir Low machen, dann sehen wir, es ist nicht mehr ganz so scharf und trifft im Moment eher den Look von unserem originalen Bild. Sharpness würde ich hier persönlich immer auf Low lassen und gegebenenfalls dann eben im Color-Tab schärfen. Das hat meiner Meinung nach einen besseren Look und funktioniert dann auch besser im allgemeinen Workflow. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch an hier beim 720p-Bild. Denn hier sehen wir einen gewaltigen Unterschied sowohl zu 1080p als auch zu unserem Originalen. Denn hier ist wirklich viel Neues und das Neue kann man schon kaum mehr lesen. Also die Kanten sind hier richtig, richtig unscharf und das ist nicht schön. Wir klicken wieder mit einem Rechtsklick drauf, gehen auf Clip Attributes und wählen bei Superscale wieder unsere Dreifachvergrößerung in diesem Fall aus. Denn mit der Dreifachvergrößerung kommen wir hier damit wieder auf 4K. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier einmal auf OK, schauen was er macht und er hat es gesuperscaled auf 4K. Und wenn wir das jetzt vergleichen, sieht man schon einen Unterschied, dass es hier immer noch etwas unschärfer ist, aber im Vergleich zu vorher ist der Unterschied doch gewaltig besser geworden. Wenn wir jetzt nochmal hier drauf gehen auf die Clip Attributes, können wir auch die Schärfe gegebenenfalls nochmal auf Low stellen, dann sieht es nicht so nachgeschärft aus. Und meiner Meinung nach ist der Unterschied jetzt schon im Vergleich zu dem, was wir hier vorher hatten, wirklich, wirklich extrem. Und dieses Bild kann man meiner Meinung nach tatsächlich mit einem 4K-Bild verwechseln. Also wenn man das sozusagen jetzt nicht direkt hier vergleicht, beziehungsweise wenn man hier so rausgescaled ist, dann sieht man meiner Meinung nach jetzt gerade auch noch keinen Unterschied mehr. Und das ist wirklich extrem, was hier möglich ist mit der AI. Und somit könnt ihr im Endeffekt eure Footage, die 720p hat oder 1080p hat oder eben noch geringer ist. Mindestens mal 4, beziehungsweise maximal mal 4 hochskalieren, sodass man eben das Ganze dann eben in einer 4K-Timeline mit 4K-Footage zusammenschneiden kann, ohne dass man dann zwischen den Bildern einen Unterschied erkennt. Falls euch dieses Feature helfen konnte in DaVinci Resolve und ihr das vielleicht noch nicht kanntet, würde ich mich natürlich riesig von euch über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten abonnieren kostet auch nichts und ihr verpasst keine DaVinci Resolve-Tutorials von mir mehr. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne kreative Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!